Heute möchte ich euch mal diese Lautsprecher vorstellen. Diese Lautsprecher habe ich von Wilhelm, aber wie viel haben sie gekostet? Ein Hinweis ist im Video versteckt, meine lieben Zuschauer. Die Lautsprecher haben einen relativ guten Bass und auch einen schönen Klang, finde ich. Für das, dass sie eigentlich nur Computer-Lautsprecher sind. Und sie sind übrigens von der Marke Logidech. Später kommen noch ein paar Soundchecks, die habe ich für euch schon vorbereitet. Die kommen später, dann genießt noch das schöne Video, meine lieben Zuschauer. Wir lieben immer in Köln. Oh, 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 oh. Wir lieben immer in Köln. Hey, sind wir zuhause. Hey, grünt uns keiner mir raus. Ma kennt jede Straße. Hey, ist immer jetzt los. Wir stammen auf FC. Ist alles okay. Wir blieben uns treu. Wir sind immer Sinn und ich singe mit euch. Wir lieben immer in Köln. Oh, 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 oh. Wir lieben immer in Köln. Oh, oh, oh. Die Schweizer sagen, wir haben den Bernhardiner. Die Deutschen haben in Köln den größten Darm. Die Griechen tanzen alle den Zertaki. Und wer ein Audienz will, muss noch rum. Den Dudelsack, den gibt's noch bei die Schatten. Doch pfeifen Sommerton den ganzen Tag. Dich brauche ich nicht, weil ich bin ein Tiroler. Bei uns da home gibt's alles, was ich will. Das Kopfstornerlied ist mit in Tirol. Die Berge und die Magen sind mit in Tirol. Die Leute.